Wir brauchen ja das kochende Wasser, das heißt, es sollte in der Nähe des Herdes passieren oder nicht. Das wäre ja am praktischsten. Und hier ist ja schon eine schwarze... Warum ist die mit der Nähe... Aha! Wir nutzen. Das klappt nicht. Warum nicht? Okay. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Nein, ich glaube... Muss ich erst mal? Aber wir wollen doch das gute Rezept... Können wir kombinieren? Können wir das... Aber ich will das gute Rezept machen. Dann... 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 So gut, der ist in der das Ritual durchfühlt. Jetzt habe ich auch einmal das Böse zu zerstören. Können wir dem Frosch drüber reden? Hast du schon eine Lösung gefunden? Aber wir haben eine Lösung gefunden. Moment einmal! Können wir jetzt vielleicht? Böse Rezept umschreiben? Aha! Ich verstehe. Haare von deinem Kopf. Oh, was soll ich denn tun? Ich weigere mich, das zu tun. Das kann nicht gut sein. Ähm... Ach so! Moment! Untersuchen! Okay, aber wir brauchen ja noch eine blaublühende Mondlichtrose. Haare der Person, die verzaubert werden soll. Okay, eine blaublühende Mondlichtrose. Wo kriegen wir die nur her? Moment, können wir die hier benutzen? Hm... Vielleicht können wir... Vielleicht können wir... Ja... Oh! Oh! Ben, wir sind die Dinge, die du brauchst. Hast du das Ritual gelesen? Ja, aber ich brauche mehr Zeit. Ich erinnere mich nicht an alle Worte. Nun, lernt schneller. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Psst! Ich glaube, du brauchst Hilfe. Diese Tasche loszuwerden. Ich kann das tun. Aber vielleicht brauche ich sie noch. Nein, tust du nicht. Vertrau mir. Wenn wir hier weg wollen, muss diese Tasche verschwinden. Ich nehme sie. Du hast sie nicht gesehen. Tschüss! Ey, diese Rose können wir auch nicht nehmen. Können wir jetzt? Können wir nicht. Nein, mein Name! Ach, das finde ich!